Radio Okidoc, Fakten, 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 Europa brennt, die Folge 33. Es begrüßt euch ganz herzlich Franz Josef aus Graz. Für alle, die schon länger dabei sind, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und für die, die das erste Mal dabei sind, es gibt also zur Serie Fakten, 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 Europa brennt eine Playlist. Die ist unten unter der Videobeschreibung und behandelt hier verschiedenste aktuelle Themen. Ja, die heutige Sendung ist in zwei Teile gegliedert, nämlich Teil 49 und Teil 50. Wir wollen uns in dieser Sendung mit dem aktuellen Thema Ibiza-Gate beschäftigen und im ersten Teil der Sendung mit der Wahlbeeinflussung über ein Ereignis. Das sind also, dass eine Wahlbeeinflussung stattgefunden hat, sollte klar sein, nach aktuellen Umfragen ist die FPÖ von 28% Zustimmung auf 18% Zustimmung abgestürzt. Das ist also eine massive Wahlbeeinflussung und was das Ereignis ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. Bevor wir aber dazu kommen, uns die aktuellen Ibiza-Gate-Ereignisse anzuschauen, wollen wir uns damit beschäftigen, wie die heutige Struktur der Zentralmacht aufgebaut ist. Dazu können wir uns beziehen auf US-Analysen von Noam Chomsky in erster Linie und von der russischen Seite her auf die Analysen des globalen Predictors, was die Valérie Björkkin immer wieder auf YouTube veröffentlicht. Die Struktur der heutigen Zentralmacht ist also relativ einfach aufgebaut. Wäre sie nicht so einfach aufgebaut, würde sie nicht so gut funktionieren. An oberster Stelle ist eine Gruppe, die nicht näher benannt werden kann, die im Hintergrund agiert, aber die vor allem dem Profitdenken anheimgefallen ist und das Profitdenken über das Leben gestellt hat. Das heißt, wo immer man Profit erzeugen kann, auf Kosten des Lebens, sei es Umweltverschmutzung, sei es Ausbeutung in irgendwelchen Formen, das ist also das Denken, die Sichtweise aufs Leben, aus dem Leben muss Profit gemacht werden. Im Konkreten manifestiert sich das in der obersten Ebene als das Geldsystem. Es gibt hier eine selbsternannte Hochfinanz des Zentralbanksystems über das Zinsschuldgeldsystem und die Steuerbefreiung, die sie sich selbst über die Gesetzgebung, die sie beeinflussen, wie wir noch sehen, zugestehen oder beschaffen. Geld regiert die Welt, kann man hier an dieser Stelle sagen. So, jetzt, wie regiert das Geld, diese Hochfinanz, die Welt? Wir wissen, dass sie als erstes die Propagandamedien kauft und steuert. Wir wissen, dass in Deutschland sieben Konzerne die Medienlandschaft beherrschen. In den USA sind es sechs Konzerne, in Österreich sind es auch nur ganz wenige. Und diese Propagandamedien sind dafür zuständig, den Menschen zu sagen, wie sie zu denken haben. Das Ganze ist wissenschaftlich abgesichert. Es hat da den Edouard Barnet gegeben, den Neffen von Sigmund Freud. Der hat das Ganze wissenschaftlich erforscht und hat das Buch Propaganda 1928 veröffentlicht. Goebbels war dann ein ganz großer Fan von ihm und er definiert den Begriff Demokratie eben aus Sicht der Eliten. Und er schreibt in dem Buch, die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht im Lande ist. Okay, das heißt die Eliten, die Finanzeliten, die definieren Demokratie eben so, dass die Gewohnheit der Massen gesteuert werden müssen. Und dazu gehören jetzt nicht nur die Medien, dazu gehören auch die Systemkünstler, dazu gehört klarerweise Hollywood, dazu gehören überraschenderweise und bis zu schrecklicherweise auch die Wissenschaftler und aus deren Kreisen kommen ja die Experten, die bestätigen, wie es weiterzugehen hat und wie es richtig ist. Gut, die Propagandamedien bereiten nun das mentale Umfeld der Zuhörer, der Zuschauer, der sogenannten Schlafschafe auf, die sich durch diesen Schleierwurf beeindrucken lassen und daraus ergibt sich dann, wo die Lobbypolitik hingeht. Das heißt, die Politik steht hier erst an dritter Stelle. 25.000 Lobbyisten alleinig für die EU in Brüssel, der Klubzwang im parteipolitischen System und die Lobbypolitik, die beschließt die Gesetze, die der Hochfinanz dienen, weil die Hochfinanz ist wiederum der Eigentümer der globalen Konzerne. Und auf diese Art und Weise wird es zum Beispiel in der EU wieder Glyphosat erlaubt. Das muss man verstehen. Die Medien berichten nichts darüber. Die Hochfinanz, denen die Konzerne gehören, profitiert davon. Und die Gesetzgebung, die das ermöglicht, wird eben über diese Lobbypolitiker hergestellt. Gut, die globalen Konzerne, die beliefern uns mit den Medien. Die haben wir oben schon bei den Propagandamedien. Die beliefern uns auch mit Nahrung, mit Energie, mit den Pharmaprodukten, mit den EDV-Produkten und mit verschiedenen Konsumgütern. Und ganz zum Schluss in dieser Analyse kommen dann wir als das sogenannte entrechternde Volk. Man kann auch sagen, wir sind die Wähler, wir sind die Konsumenten, wir sind die Steuerzahler, wir sind die Gemeindebürger und Überraschung, Überraschung, wir sind die Rechteträger, die vollkommen entrechtert sind, nicht weil das Recht von uns entfernenbar wäre, weil die Grundrechte des Menschen und die Grundrechte für die Verantwortung, für die Gemeinschaft sind mit jedem Einzelnen von uns auf eine Art und Weise verbunden wie unser Arten. Das können wir nicht abgeben, das ist ein Geburtsrecht, aber wir können entrechtert werden, indem wir einer Doktrin folgen, dass nicht wir die Rechte haben, sondern dass eben die Hochfinanz, die Propagandamedien, die Lobbypolitik und die globalen Konzerne das Sagen haben und wir zu gehorchen haben. Und an diesem Punkt wird der Paradigmenwechsel auch stattfinden. Gut, nachdem wir jetzt einmal die Struktur der Zentralmacht soweit durchgeschaut haben, schauen wir uns an, wie das innerhalb von Ibiza-Gate auftaucht. Gut, die, was jetzt in den Medien bekannt ist, und ja, jedem bekannt ist, es gibt ein Video. Ja, so, für das Video muss es einen Auftraggeber geben. Auch klar, die Kosten dafür sind auf ungefähr 500.000 Euro geschätzt, um das Ganze herzustellen. Der Auftraggeber ist nach wie vor unklar. Die Staatsanwaltschaft, weil die Überwachung und das Filmen im privaten Umfeld von auch Politikern ist strafbar, könnte dem Ganzen nachgehen, wir werden sehen, ob sie das tun. Und auch der Verfassungsschutz, BVT, könnte dem Ganzen nachgehen, weil durch die Veröffentlichung des Videos ist natürlich eine massive Beeinflussung der inneren Situation in Österreich, in dem Fall durch Deutschland, geschehen, weil das Video ist in Deutschland veröffentlicht worden. Also, wie gesagt, die Auftraggeber sind noch unklar. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die klar sind. Es gibt einen Anwalt in Wien, das ist der Dr. Ramin Mir Dakari, und der arbeitete mal in der Kanzlei Lanski. Dazu kommen wir in einer Minute. Dieser Anwalt arbeitet zusammen mit dem Spion, das ist also eine professionelle Überwachungsfirma. Da kann man das bestellen, wenn man irgendwen überwachen lassen will. Ein Detektivbüro erweitert es sozusagen, eine privatrechtliche Institution. Und dort gibt es den Herrn Hessenthaler. Und der ist eben für Überwachungs- und Spionageprofi. Und der wurde ausgebildet in seiner Profession vom Herrn Sascha Wandel. Und der Herr Sascha Wandel war jetzt bei Fellner Live in Ö24 TV und hat die Geschichte erzählt, die hier zugrunde liegt, von den Fakten her. Nämlich, dass wenn eine derartige verdeckte Organisation gegen Personen aufgedeckt wird, und das ist hier vor allem in erster Linie gegen den Herrn Gudenus aufgesetzt worden, um dann später zu irgendwelchen FPÖlern dazukommen. Um also eine solche verdeckte Operation erfolgreich durchführen zu können, braucht man eine genaue Planung dafür. und braucht ein Setup für die Vertrauensbildung, bevor es also zu der Situation kommt, dass man solche Videoaufnahmen machen kann. Und um eine solche Vertrauensbildung, ein solches Setup durchzuführen, erklärt Herr Sascha Wandel bei Fellner, braucht es Lockvögel und, und, und. Und, und das war in diesem Fall die Alena Makarova, so hat sie sich ausgegeben, war einmal auf einem russischen Playboy-Cover, ja, also, ja, ein Starlet wurde hier ausgesucht. Gut, jetzt sind in dem illegalen, weil Privatrechtsverletzenden, hat auch Bundeskanzler Kurz bestätigt, in der Aktion ist dann auch Strache auf Ibiza in die Falle gelaufen, und ist dieses Video entstanden. Das ist sechs Stunden lang, es sind sechs Minuten bis jetzt veröffentlicht. So, wenn man also jetzt so in etwa halbe Million Euro in so ein Projekt investiert und ein bisschen normal geschäftsorientiert ist, dann hat man mehr oder weniger die Verpflichtung, das zu vermarkten. Welche Möglichkeiten zur Vermarktung gibt es für ein solches Material? Ja, natürlich einmal Erpressung. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Erpressung. Die direkte Art der Erpressung ist, dass man zum Gefildten geht und sagt, schau mal, das habe ich aufgenommen von dir und ich verkaufe dir die Originale und damit ist das aus der Welt und ich habe so und so viele Kosten gehabt und dafür bleiben Freunde. Eine andere Art der Erpressung ist folgende, dass man gewisse Schnipseln herausschnipselt, und die an Freunde des Erpressen gibt und zu einem relativ geringen Preis anbietet und sagt, hör mal, du zahlst mir so und so viel, wir vergessen das Ganze und ich vergesse das ganze Material. Man muss verstehen, dass die kriminelle Energie, die hinter einer solchen Aktion steht, vor nichts zurückschreckt. Hier wird alles versucht, wenn es darum geht, dass man irgendein Material in die Hand bekommt, das man irgendwie verwerten kann, dass man möglichst viel Geld irgendwie daraus macht. Das ist der finanzielle Aspekt davon. Gut, jetzt gibt es auch die Möglichkeit dann und das auch berichtet schon, dass das gesamte Videomaterial am Schwarzmarkt des Journalismus in der Größenordnung von 1,5 bis 5 Millionen Euro angeboten wurde, macht dann Sinn, eine halbe Million Gestehungskosten, Gewinnaufschlag mal 3 bis mal 10, da sind wir irgendwie dabei. Gut, jetzt schauen wir uns als nächstes an, was bis jetzt veröffentlicht wurde. Nämlich die Schnipsel, die veröffentlicht wurden, da sagt der Strache mal, alles, was wir vereinbaren, das muss rechtlich vollkommen okay sein, wir haben Regeln in Österreich und innerhalb dieser Regeln können wir spielen. Die zweite wesentliche Geschichte ist, dass über den Krone-Deal gesprochen wurde, also über die Kronenzeitung. Hier ist die Situation so, dass im Jahre 2017 dieser Anteilsverkauf von der Kronenzeitung bekannt war. Das heißt, Strache hat hier keine Geheimnisse bekannt gegeben und der Deal ist dann auch abgewickelt worden und der Herr Benko, Bilderberger, guter Freund vom Bundeskanzler Kurz, hat diese Anteile dann auch gekauft. Das heißt, Strache war mit der Idee, diese Anteile irgendwann zu kaufen, kaufen zu lassen, einfach zu spät und hat nicht verstanden, dass das vorher schon abgesprochen war. Der weitere Punkt im Strache-Video ist, dass er Aufträge versprochen hat, die sonst dem Herrn Haselsteiner zugute gekommen werden und er hat auch dazu gesagt, da muss der Preis passen und er ist ziemlich sicher, dass das billiger geht. Da wollte er also Aufträge vergeben an einem Besserbieter, als es der Herr Haselsteiner ist, zum Herrn Haselsteiner, in dem Zusammenhang kommen noch. Und ein Schnipsel, der veröffentlicht wurde, der, das muss ich sagen, das war für mich in dem ganzen Zusammenhang wirklich überraschend, weil jetzt, wenn der Spiegel diese sechs Stunden Videomaterial hat und der Schnipsel rausnimmt und wir haben drei Schnipsel besprochen, nämlich, Strache sagt, es muss rechtlich okay sein, Strache spricht über den Krone-Deal, Strache spricht über den Haselsteiner-Deal und jetzt, Überraschung, Überraschung, Strache spricht davon, dass es in den Hinterzimmern irgendwelche Sex- und Drogenpartys gibt, wo der Herr Kurz teilnimmt. Warum hat der Spiegel diesen Schnipsel rausgegeben? Das bleibt also für mich offen, wer da bitte Ideen dazu hat, bitte einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. tun wir uns da zusammen, um herauszufinden, was da los ist. Gut, nachdem jetzt also dieses Video hergestellt wurde, 2017, kam es dann zur Veröffentlichung. Und es ist die Veröffentlichung des Ereignis zur Steuerung. Warum? Weil, wenn ein Video nicht bekannt gegeben wird, kann man damit nicht steuern. Und die, wenn wir noch einmal zurückgehen, hier, und uns anschauen, wie die heutige Struktur zur Zentralmacht ausschaut, dann kommen wir hier zu den Propagandamedien. und müssen verstehen, dass über die Propagandamedien gesteuert wird. Und wie wird über die Propagandamedien gesteuert? Über ein Ereignis zur Steuerung. Und in dem Fall ist das Ereignis die Veröffentlichung des Videos, beziehungsweise dieser vier Schnipseln, die wir besprochen haben, selber gewesen. So, jetzt haben wir ein Ereignis zur Steuerung. Das bietet die Möglichkeit zu steuern. Das ist noch nicht die Steuerung selbst. Und die Steuerung passiert jetzt über die Massenmedien. Das heißt, es geht jetzt hier um die Redaktion der Systemmedien. Hier geschieht die wirkliche Steuerung des Demokratieverständnisses der Elite. Man muss die Gewohnheiten der Massen steuern. Das ist einmal die eine Geschichte, die vorrangig ist. Als nächstes kommen die Reaktionen von Strache, Kurz und Van der Bellen. Die gehen wieder rückwirkend in die Systemmedien hin. Aber wer es genau analysiert, haben die Systemmedien nicht die Frage aufgestellt, bitte, was ist hier los, sondern waren es die Systemmedien, die die Grundvokabeln bekannt gegeben haben, Skandal, unakzeptierbar, peinlich und auf das hat er Strache aufsetzen können und sich entschuldigen, auf das er dann kurz aufsetzen können und sagen, genug ist genug und auf das hat er Van der Bellen aufsetzen können und sagen, das ist nicht Österreich. Hätten die Systemmedien vorher anders berichtet, hätte die Reaktion anders erfolgen müssen. Das heißt, wir verstehen jetzt an diesem Beispiel, dass die Propagandamedien vorrangig sind und dass diese über ihre Berichterstattung bereits die Lobbypolitiker steuern, wobei, Überraschung, Überraschung, die beiden natürlich von der Hochfinanz organisiert sind und zusammenarbeiten und jetzt einen ganz interessanten Schleierwolf fürs Volk vorbereiten, ein Schauspiel, eine Show. Gut, was jetzt von der Steuerung her auf Real weiter passiert ist und hier ist natürlich Kurz drinnen, denn Kurz ist einer, der steuert und so hat Kurz gesagt, Moment, der Kittel muss raus, wohl wissentlich, dass der Minister in Österreich sehr beliebt ist, dass die ÖVP dem niemals zustimmen kann, das heißt, darüber hat er es gesteuert, dass er die Koalition damit die Regierung sprengt. So, jetzt sehen wir also, dass es zur Regierungssprengung dieses gesamten Ablaufes bedurft hat, nämlich zuerst eine Komponente des Sprengmaterials herzustellen, dass man irgendwie zu einem komprimentierenden, in dem Fall von dem, was veröffentlicht ist, nicht einmal komprimentierenden Video kommt, aber das Unterlevel vom Strache hat einfach gereicht, dass das Schlafschaf U sagt, na, so und nachdem die erste Komponente zum Sprengstoff da war, ist dann die nächste Komponente zur Sprengung beigefügt worden, das war die Veröffentlichung, weil ohne Veröffentlichung keine Sprengung und als nächstes dann Vorbereitung der Sprengung, nächste Komponente zum Sprengmittel, die Reaktion der Systemmedien, die Steuerung und dann letztendlich Kurz, der gesagt Kittel muss weg und das passt jetzt voll rein in die Ansage vom deutschen Verfassungsschutz, der die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen aufgekündigt hat, weil Kittel nicht tragbar sei, weil der Kontakte zu den Russen habe. Gut, soweit mal das. Die Quellen sind, wie gesagt, im Fakten Nachweis, der Link dazu ist unter dem Video. Ganz oben kommen wir hier zum, noch einmal zurück zum Anwalt Mir Fak Rai, weil der hat einmal in der Kanzlei Lanski in Wien gearbeitet und es geht jetzt hier darum, dass ein Netzwerk sichtbar wird, ein Netz sichtbar wird, dass ihr Strache eingefangen hat. Und die Kanzlei Lanski hat unter anderem, wie gesagt, die Links zum Profilartikel sind im Fakten Nachweis drinnen, hat jetzt die rechtliche Vertretung der FPÖ-kritischen Plattform, weil es um was geht und die Proponenten sind Überraschung, Überraschung, Hans-Peter Haselsteiner, Brigitte Ederer, unglaublich, der Autor David Schalkow, wer da was weiß, bitte einen Kommentar hinterlassen, die Stadtabunternehmerin Maria Baumgartner, bitte auch einen Kommentar hinterlassen und die Ehefrau des Ex-Bundeskontes, Kanzlers, Eveline Steinberger Kern, also die Kernfamilie ist ja auch dabei, Lansky Netzwerk, okay, so, über die Überraschung, dass hier über Sex und Drogen im Hinterzimmer gesprochen wurde, überraschenderweise ein Bericht von der Prafter TV, Ibiza geht und der tiefe Stadt in Österreich, Minderjährige, Sex, Orgien und Drogen im Hinterzimmer, Beto, kriminelle Netzwerke und Eliten mit einem Video, das machen wir jetzt nicht weiter, das möchte sich jeder selbst anschauen, dieser Thema, das kommt möglicherweise noch. Gut, eine weitere Information darüber, wie das Netzwerk selber organisiert ist und wo Bundeskanzler Kurz, damals noch Außenminister, mit seinem Sekretär Schröll und jetzt Überraschung, Überraschung mit dem oben genannten Anwalt Mirva Krei und Überraschung, Überraschung mit Katja Wagner, einer Kronenzeitung Journalistin, die einen kometenhaften Ausstieg gemacht hat, nachdem Benko die Anteile gekauft hat und damit Kurz konforme Berichterstattung in der Krone gesichert hat, für Kurz, die sind im Rahmen eines kommerziellen einer Firma zusammen, nämlich einem Kosmetikstudio das also Katja Wagner und Mirva Krei geschäftliche Verbindung haben und Außenminister Kurz am Foto ganz süß lächelt. Soweit mal zum Teil 49 40 40 ... ... ... Vielen Dank.